Guck mal hier, das bin nicht ich, sondern das ist ein von Sora 2 generierter Keno. So, jetzt bin ich aber wieder echt. Ja, alles KI generiert, ich finde, ich sehe relativ echt aus, aber die Stimme, ja, die klingt falsch. Klingt nicht nach mir, finde ich. Sora 2 von den Chat-GPT-Machern von OpenAI ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Es zeigt aber auch, dass die großen KI-Firmen gerade womöglich ziemlich in der Sackgasse stecken. In diesem Video seht ihr, was Sora 2 kann, was es nicht kann. Und das ist auch ein bisschen lustig, was es nicht kann, muss ich sagen. Wie man es bekommt und was das große Problem bei Sora ist. Ich habe für diesen Test über 200 Videos generiert. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Hier im Video geht's ja um generative KI. Wenn ihr gerne mit ganz vielen unterschiedlichen Modellen arbeiten wollt, dann kann ich euch unseren Sponsor ans Herz legen. Mammoth aus Frankreich bietet etliche KI-Modelle unter einer Oberfläche an. Mit einem Abo. Ihr könnt also hier einfach euren Prompt eingeben und dann zwischen Lama, Mistral, GPT-5, Cloth, Gemini und Grog, Deep Seek oder Perplexity umschalten. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit Bilder generieren zu lassen, zum Beispiel mit Flux, mit Journey und ReCraft. Und ihr könnt natürlich auch Dokumente und Bilder direkt hochladen und mit den unterschiedlichen LNMs analysieren lassen. Einen Sprachmodus mit GPT gibt's auch noch. Und das alles für nur 10 Euro. Zum Vergleich, alleine ChatGPT Plus kostet über das Doppelte. Ja, und wenn ihr es interessant findet, schaut mal in die Beschreibung. Da findet ihr mehr Infos und einen Link zu Mammoth. Werbung Ende. Ja, bevor ich jetzt in die große technische und soziale Analyse gehe, erstmal hier ganz stumpf ein paar Videos, die ich mit Sora 2 gemacht habe. So, wir starten mit ein bisschen Primer, das macht die Haut schön glatt. Danach kommt Foundation, ich büffle sie mit einem runden Pinsel ein, bis alles ebenmäßig ist. Ein Tupfer-Concealer unter den Augen sanft einklopfen. Also, ich finde, das ist tatsächlich das krasseste Video, weil ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, das bin ich. Habe ich das gefilmt? Sind das Aufnahmen von mir? Also, weil auch wie meine Haut aussieht. Und also, ganz ehrlich, ich übertreibe da nicht. Das würde ich glauben, dass das ich bin. Auch in diesen Großaufnahmen, die habe ich auch meinen Kollegen geschickt. Und guck mal, Pascal war auch ganz beeindruckt und hat da direkt so eine technisch-künstlerische Sicht drauf gehabt, wie das Licht davon bouncet und kleine Schatten wirft. Okay. Ja, und hier noch so ein Make-Up-Tutorial. Meine Lieblings-Foundation, eine Pumpe reicht völlig aus. Ich tupfe sie mit dem Schwämmchen ein. Seht, wie ebenmäßig das wird. Für die Augen nehme ich einen schimmernden Rosaton, den verblende ich einfach in die Lidfalte. Ein feiner Wing mit Eyeliner sorgt für ein bisschen Drei... Und hier bin ich auf dem Las Vegas Strip. Da rede ich einmal Deutsch. Ich bin hier auf dem Strip in Vegas unterwegs. Überall Lichter, Menschen, Autos. Einfach Wahnsinn. Und einmal Englisch. I'm out here on the Las Vegas Strip and this place is buzzing. There are lights in every single direction. And the air just hums with people and music. Wie ich da in dem Video rede, das hat nicht zwingend mit der Sprache des Prompts zu tun. Also, man kann einfach in Deutsch prompten, man kann auch auf Englisch prompten. Die Sachen, die ich sage, also wenn ich da nichts extra dazu schreibe, dann denkt Sora die sich selber aus. Also hier zum Beispiel bei meinem persönlichen Lieblings-Sora-Genre. Keno verwandelt sich in Würmer. Was ist das? Meine Hände fühlen sich komisch an. Wow, sie schrumpfen. Was passiert mit mir? Meine Haut, sie wird glitschig. Ich werde kleiner. Ich verwandle mich in einen Wurm. Okay, das bin jetzt wohl ich. Schau mich an, ich bin ein... Hm, süß. Und das ist ja auch typisch Sora 2. Oft weigert sich das, auch bei völlig harmlosen Sachen wie Keno verwandelt sich in einen Wurm, weigert er sich das zu generieren. Also was Sora da für komische Fantasien hat? Keine Ahnung. Oder auch das hier ging nicht, wo ich einfach dieses Foto animiert haben wollte. Und Sora fantasiert mich auch erstaunlich häufig ohne Hose, was ich auch nun wirklich gar nicht verstehe. Ihr ohne Hose als Elden Ring Boss. Und was ich auch interessant finde, das ist mich offenbar selbstständig ostfriesisch verortet. Komplett ohne Prompt. Ich habe da also einfach nur meinen Namen gepromptet. Und dann steht da auf einmal Moin auf der Kaffeetasse. Jetzt zeige ich euch, wie ich mir morgens schnell einen Kaffee mache. Einfach schnell. Und der riecht schon richtig gut. Oder auch wenn ich einfach prompte Keno als Reporter, ja dann wirft Sora mich nach Emden. Hier am Hafen von Emden, hinter mir wird gerade das neue Fährterminal für die Inseln gebaut. Sowieso ganz lustig, diese lustige Berufe prompten. Zum Beispiel Zugbegleiter stellt Sora sich total typisch amerikanisch vor. Das geht offenbar nur so retromäßig mit so einer altmodischen Uniform, weil Züge gibt es ja heute fast gar nicht mehr in den USA. Viele Sachen sehen auf jeden Fall gut aus, finde ich. Aber viele sehen auch gar nicht mal so gut aus. Vor allem, wenn ich irgendwas Cinematisches haben will, wie diese Film-Noir-Szene hier. Ja, dann sieht der Hintergrund oft so richtig billig computergeneriert aus, wie aus so einem alten Computerspiel. Die Akte ist verschwunden. Wenn sie jemand findet, fällt das ganze Ministerium. Morgen 23 Uhr am Hafen. Keine Namen. Bis dahin. So, wir haben keine Zeit. Die Protokolle gehen morgen raus. Wenn das durchkommt, ist alles vorbei. Ich treffe den Informanten um Mitternacht. Halt aufzuräumen. Nicht mit mir. Das war für Rico. Boah. Ja, und obwohl Zora besser Physik versteht als andere KI-Generatoren, weiß es offenbar nicht so genau, wie die Kulturtechnik des Rauchens funktioniert. Naja, erstmal noch ein bisschen tanzen, ne? Okay, passt auf. Jetzt kommt's. Los geht's. Yes. Und wenn ihr euch jetzt fragt, kann Zora mich so gut nachbauen, weil es so viel Videomaterial von mir auf YouTube gibt? Nein, das hat da gar nichts mit zu tun. Das kann jede und jeder, indem man nämlich einfach die Zora-App installiert und hier auf Cameo tippt, dann blendet Zora drei Zahlen ein. Die muss man einsprechen. Das ist quasi der Kopierschutz meiner eigenen Identität, also dass ich das nicht mit fremden Leuten mache. Und ja, dann dreht man ein bisschen seinen Kopf und versucht möglichst viele Gesichtsausdrücke in möglichst kurzer Zeit zu machen, denn man hat nur insgesamt neun Sekunden Zeit. Dann wird das automatisch zu OpenAI hochgeladen und diese neun Sekunden reichen aus, damit Zora Videos mit einem künstlichen Kino generieren kann und sogar auch in Ansätzen zumindest mit meiner Stimme sprechen kann. Mein Name ist Janni Janssen. Janni Janssen, genau. Freut mich, dich kennenzulernen. Bis später. Also meine Stimme klingt meiner Meinung nach ein ganz bisschen wie meine echte Stimme. Das Problem hatte ich aber auch bei anderen KI-Diensten wie Eleven Labs schon. Ist das die Zukunft des Browsers? Opera One heißt das Teil und der macht einiges anders als Safari, Chrome oder Firefox. Irgendwie spreche ich offenbar komisch. Bei anderen Leuten, wie zum Beispiel dem deutschen Streamer Papa Platte, klingt die aus diesen neun Sekunden Training generierte Stimme schon, finde ich, ziemlich echt. Dieser Kanal CT3003 ist einfach nur der Hammer. Die Reviews, die Bilder, wie die alles auseinander nehmen. Ich feier das total. Die Videos sind jedes Mal auf dem Punkt, da steckt so viel Wissen drin. Ja und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wieso könnt ihr denn Papa Platte Videos generieren? Hat der euch die Daten gegeben oder was? Nein, sondern alle können diese Videos machen. Denn er hat sein Cameo für alle freigegeben. So wie auch Sam Altman, Jack Paul, iJustine und Ricky Burbeck. Das könnte man jetzt erstmal total creepy finden. Also würde ich creepy finden, dass alle mit meinem Aussehen irgendwelchen Quatsch machen können. Ohne jegliche Hürden. Aber die Leute steigern damit offenbar auch ihre Popularität. Also zumindest wenn ich durch TikTok swipe, dann ist da ziemlich oft der Sora generierte Kevin Teller aka Papa Platte zu sehen. Noch öfter sehe ich allerdings Tupac, Michael Jackson, Martin Luther King und andere tote Berühmtheiten, die alle von der Inhaltesperre von Sora durchgelassen werden. I have a dream that tongue, 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 Sahora will get a low taper fade and it will cost six, seven barbershop hair quarters. Mein Cameo habe ich übrigens nicht freigeben. Also man kann diese Datenschutzeinstellungen einigermaßen detailliert justieren. Man kann auch einstellen, ob OpenAI die Sachen fürs eigene Training verwenden darf oder nicht. Und diese Sora-Videos mit echten Menschen, das ist auf jeden Fall gerade ein Hype. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch auf längere Sicht ein Meme-Genre sein wird. Also echte Leute in lustigen, KI-generierten Situationen. Ganz ehrlich, ich finde das teilweise schon auch witzig. Da stecken manchmal schon ganz gute Ideen drin. Ich bin da halt auch gerade im Thema und kann die Dinger sofort identifizieren. Also ich sehe, ob das Sora ist oder nicht. Ich nehme aber auch wahr, dass einigen Leuten das eben nicht gelingt und dass die die Sachen halt für echte Videos halten. Also klar, OpenAI baut da überall so wabernde Sora-Wasserzeichen ein. Aber hey, das kann man wirklich ziemlich einfach wegblurren in jedem Videoschnittprogramm. Es gibt natürlich auch längst Tutorials zum Wegmachen der Wasserzeichen hier auf YouTube. Und andere Leute, die nicht so in der Tech-Bubble sind, die wissen ja eh gar nicht, was Sora ist. Ich war neulich zum Frühstück eingeladen und habe den Gastgeberinnen im Messenger vorher dieses Video hier geschickt. Ich, 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 ich freue, freue, freue mich, mich, freue mich, mich schon, äh, schon, aufs Frühstück. Ich freue mich schon aufs Frühstück, ich freue mich schon aufs Frühstück. Einfach ohne Kontext und die haben das nicht gecheckt, dass das KI generiert ist. Die haben da halt mit einem Auge hingeguckt, irgendwie so beim Tischdecken oder so und dachten halt, ach Keno, der macht ja so Sachen mit Videos. Der hat uns da jetzt so ein lustiges Video aufgenommen. Ah ja, cool. Und das sind auf jeden Fall junge, medienkompetente Leute, nur die sind halt nicht in der Tech-Bubble. Das heißt, die haben das nicht permanent auf dem Schirm, dass man so einfach KI-Videos generieren kann von sich selbst. Also, ganz klar, und das ist jetzt auch ein ziemlich langweiliger Take, Videos im Internet kann man nicht mehr trauen. Und das ist ja eigentlich auch schon lange so. Aber Videos sind halt jetzt noch ein bisschen einfacher zu faken. OpenAI hat das Ganze jetzt nochmal deutlich einfacher gemacht. Das kann man jetzt erstmal festhalten, das ist so und die Zahnpasta kriegt man auch nicht wieder in die Tour. Und jetzt zurück damit, das kriege ich doch irgendwie wieder rein. Uff, warum ist das so glitschig? Komm schon, vielleicht mit einem Löffel? Es wird deshalb immer wichtiger, immer drauf zu gucken, wer Videos postet, also ob man der Quelle vertraut. Und deshalb haben wir bei CD3000er ja auch schon seit längeren die hochoffizielle Regel, dass wir nicht mit KI-generierten Inhalten arbeiten. Ja, ich weiß, dass dieses Video hier zu großen Teilen aus KI-generierten Inhalten besteht, aber ich denke, dass das in dem Fall logisch ist. Also ein Video über Sora, da zeigt man Sora-Inhalte. Was ich natürlich meine, sind KI-generierte Inhalte, um irgendwas zu bebildern, für das man eigentlich keine Bilder hat oder keine Lust hat, eigene Bilder dazu zu machen. Und das natürlich auch nicht deklariert. Bei uns alles schön Bio aus der 3003 Bild-Text-Ton-Manufaktur. Also das ist jetzt erstmal der offensichtliche Take. Was ich aber obendrauf total interessant finde, dass Sora jetzt im Gewand einer Social-Media-App daherkommt. Ja, also bislang waren KI-Tools ja meistens Websites und dann gab es vielleicht irgendwann eine Mobil-App. Bei Sora ist das jetzt so, dass man das Ding nur benutzen kann, wenn man die iOS-App installiert und sich da zumindest einmal eingeloggt hat. Im Moment braucht man dafür einen Einladungscode und einen US-App-Store-Account, um die Sora-App zu installieren. Hat man das dann auf iOS einmal zum Laufen gebracht, also auch in Deutschland, dann braucht man dafür kein VPN, muss sich also nicht in die USA tunneln. Will man Zugriff auf Sora 2 über die Website, da muss man kurz sich in die USA tunneln mit dem VPN. Was auch ein bisschen weird ist, das Anliegen von so einem Cameo von sich selbst geht nur mit der App, das Generieren von Querformat-Videos geht nur über die Website. Also mit der App kann man nur Hochformat generieren. Naja, es ist auf jeden Fall alles zur Zeit noch komplett kostenlos. Man braucht für Sora 2 auch kein Plus-Abo oder so und man kann am Tag damit zur Zeit, also als ich dieses Video gemacht habe, war es auf jeden Fall so 30 Videos am Tag generieren. Aber wie gesagt, um überhaupt loslegen zu können, braucht man die App und die, Achtung, jetzt kommt's, die baut offensichtlich TikTok nach. Beziehungsweise Instagram oder YouTube Shorts, die ja wiederum auch bei TikTok abkupfern, aber ja. Also man swipet da bei Sora auf jeden Fall durch einen Ozean von unendlich vielen Videos und das soll sich eben so anfühlen wie TikTok, was ja sowieso schon ziemlich gehirnschmelzend sein kann. Aber bei Sora sind das halt noch nicht mal Videos von und mit echten Menschen, sondern mit generierten Menschen oder generierten Dingen. Und das ist nicht lustig seltsam wie, weiß ich nicht, Interdimensional Cable bei Rick and Morty, sondern das ist dystopisch seltsam. Also richtig unangenehm. Irgendwie ist es kurzzeitig unterhaltsam, weil es so neu ist, aber es fühlt sich dann auch sofort ganz, ganz falsch an. Irgendwie einsam. Man ist da so im ewigen Fluss der KI-Suppe, des AI-Slops. Also für mich zumindest fühlt es sich ganz komisch und falsch an, da so durchzuschweiben. Ja, und warum macht denn OpenAI das überhaupt? Ja, und die wahrscheinliche Antwort darauf ist halt noch unangenehmer. OpenAI weiß nicht, wie es anders mit dem Zeugs Geld verdienen soll, als eben das zu machen, was alle Social-Media-Betreiber machen, nämlich Werbung zu verkaufen. Sie fixen uns also an mit kostenlosen KI-Generierungen, also von uns selbst. Sie kriegen uns mit unserer Eitelkeit, unserem Ego. Und ja, da bin ich mir ziemlich sicher, sobald das genug Leute nutzen, werden sie anfangen, Werbung zu verkaufen und anzuzeigen. Das ist jetzt erstmal kein so schlimmer oder unerhörter Vorgang, aber das zeigt, finde ich, dass KI-Firmen gerade wirklich ziemlich in der Sackgasse stecken. Denn sie wissen nicht, wie sie aus den ganzen Investitionen, also KI-Rechenzentren, unvorstellbarer Dimensionen, Millionen von Grafikkarten, wie sie damit wieder Geld machen können. Und wenn ich mir die Weltwirtschaft gerade so angucke, klammert die sich gerade an die Hoffnung, dass KI die Produktivität auf der ganzen Welt immens steigern wird. Sonst wären die Aktienkurse ja alle nicht so extrem aufgeblasen. Und da kommt dann am Ende einfach nur das einzige Geschäftsmodell bei raus, was alle im Internet machen und was Profit verspricht. Also massenweise User an sich binden und denen Werbung reinzudrücken. Und dafür diese grotesk riesigen Investitionen und Rechenzentren? Hm, also ja, mal abwarten, wie das so weitergeht. Also wäre Sora gut genug für den professionellen Einsatz für Film- und Videoproduktion, dann könnte man ja damit Geld verdienen. Aber das ist es leider zur Zeit nicht, denn die Ergebnisse haben einen ziemlich großen Zufallsfaktor und sehen auch oft ganz schön schlecht aus. Ja, vor allem kann Sora 2 Stand jetzt nicht gut einen kohärenten Look über mehrere Szenen aufrechterhalten, was man ja für professionellen Einsatz bräuchte. Also ganz stumpf, dass zum Beispiel die zweite Szene den genau gleichen Look hat wie die erste Szene, sonst kann man ja nicht zusammensetzen. Und das ist bei Sora 2 ziemlich Glückssache. Ja, und das ist auch in der Pro-Version so, die ziemlich teuer ist. Die kostet nämlich entweder 200 Dollar am Monat im Rahmen des ChatGPT Pro Abos oder einzeln über API abgerechnet 50 Cent pro Sekunde bei der höchsten Auflösung von 1792 x 1024 Pixeln. Also 7,50 Dollar für ein 15-Sekunden-Video. Das ist die maximale Länge. Bei dem von mir getesteten kostenlosen normalen Sora liegt die Auflösung bei 1280 x 704 Pixeln, da sind die Videos alle immer 10 Sekunden lang. Ja, halten wir fest, Sora 2 kann recht beeindruckende Dinge, das reicht aber noch lange nicht, um wirklich menschgemachte Videos oder Filme zu ersetzen. Was aber wirklich interessant ist, dass OpenAI das offenbar glaubt, dass ihre KI-generierten Inhalte ausreichend gut sind, dass Leute freiwillig durch Sora swipen wollen, statt durch TikTok, Insta oder YouTube. Ich bin ja auch so ein Bio-Snob, der denkt, sein Geschmack ist noch nicht so verkümmert, dass er sich jeden Tag so KI-Slop angucken will. Ich glaube aber, dass es den meisten Menschen so geht. Also ich muss schon zugeben, dass Sora ein witziges Ding ist, was wirklich ein paar Tage Spaß macht, vor allem wenn man Freunde oder Kollegen hat, die einem ihre Cameos freigeben, um sich dann gemeinsam in Videos einbauen zu können. Das ist schon lustig. Aber mal gucken, wie lange das interessant bleibt. Ich glaube nämlich nicht so lange. Und es ist natürlich auch ein riesiger Haufen an Geld und Energie, der dann dafür verwendet wird, dass ich ein bisschen in Cola schwimmen kann und dann jemand einen Minzbonbon reinwirft. Tschüss. Das ganze Haus ist voller Cola-Lei. Ich komme hier nicht raus. Es wird immer mehr. Ich kann kaum noch stehen. Was? Wer bist du? Nein, nein, kein Mentos. Das explodiert. Tu es nicht. Ja, alles sprudelt. Hilfe. Das Alice ist gut.